Heute bin ich wieder am großen Baggersee unterwegs. Eigentlich wollte ich es noch ein letztes Mal vor der Schonzeit auf Barsch mit einem Dropshot versuchen. Aber dann ist mir hier auf meine leichte W3 Finesse Jigrute diese sehr, 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 sehr schöne Regenbogenforelle gefangen. Die hat exakt 60 cm, ist also mein neuer PB. Ja, freut mich auf jeden Fall. Die werde ich mir schmecken lassen.